Vegan und High Protein. Wir brauchen unbedingt so ein Rezept in der Art, so in Richtung Kinder Bueno entwickelt, das wirklich sehr, sehr lecker geworden ist, vor allem mit dem Topping obendrauf. Da schreibe ich auch die Nähwerte mit dazu, falls es euch interessiert. Hello und willkommen zu einem neuen Video, einem weiteren Rezepte-Video. Es hatten sich nämlich einige gewünscht, dass ich mal wieder Frühstücksrezepte mit euch teile und das habe ich heute für euch. Ich habe mich diesmal auf Bowls konzentriert und zwar so klassische Süßigkeiten-Bowls. Aber eben in gesünder und vegan und High Protein. Aber keine Sorge, alle, die kein Proteinpulver haben oder keines nutzen möchten, ich habe für euch auf jeden Fall auch immer Alternativen mit dabei. Deswegen, ihr könnt die Rezepte auf jeden Fall auch nachmachen. Don't worry. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr sie nachmacht. Ich werde euch die Zutaten auch nochmal in die Infobox schreiben. Da schreibe ich auch die Nähwerte mit dazu, falls es euch interessiert. Ansonsten würde ich sagen, würde ich gar nicht groß drum rumreden und lege direkt los. Wir starten mit der Bueno Bowl und ich muss halt wirklich dazu sagen, ich liebe Bueno seit meiner Kindheit. Für mich gehört das zu einer der besten Süßigkeiten und dementsprechend musste da unbedingt eine Bowl mit her. Natürlich in vegan und etwas gesünder. Und wir arbeiten mit verschiedenen Schichten und legen direkt los mit der ersten. Die macht ihr am besten auch in der Schüssel, aus der ihr später essen werdet. Denn das ist unsere Crunchy-Schicht. Und hier brauchen wir erstmal eine Reiswaffel, die wir mit den Händen so ein bisschen zerkleinern. Und geben dort dann ein bisschen veganes Proteinpulver dazu. Wenn ihr das nicht habt, dann könnt ihr Kakaopulver nehmen. Und dazu dann noch einen Schuss Ahornsirup. Passt auf, dass ihr nicht zu viel Ahornsirup nehmt, weil sonst wird es lätschig. Also es soll schön crunchy bleiben. Der Ahornsirup dient hier nur dazu, dass ihr das ein bisschen miteinander verbinden könnt. Also ihr könnt auch anderen Sirup, keine Ahnung, Reissirup oder irgendwie sowas nehmen. Es dient einfach dazu, dass wir die Massen miteinander verbinden. So, nächste Schicht. Da brauchen wir Sojajoghurt, Hafermehl, geschrotete Leinsamen. Die binden das Ganze, also machen nochmal eine bisschen nicere Konsistenz. Haselnussmus und etwas Süße. Ich habe mich hier für Erythrit entschieden. Hier könnt ihr einfach nehmen, was ihr wollt. Oder euch ist es auch schon so süß genug. I don't know. Ist optional. Und dann sind wir auch schon bei der letzten Schicht. Dafür brauchen wir wieder Sojajoghurt, etwas Kakaopulver, veganes Proteinpulver oder ein bisschen mehr Kakaopulver. Und dann wieder ein bisschen was an Süße, eurer Wahl dazu. Und einen Schuss Mandelmilch habe ich hier genommen. Ihr könnt aber hier auch einfach die Pflanzenmilch eurer Wahl nehmen. Also Hafermilch, whatever. Und dann geht es auch schon an Schichten. Wie gesagt, wir starten mit der Crunchy-Schicht. Die ist ganz unten. Dann kommt die Haselnusschicht. Schön drauf geben und verteilen und toppen das Ganze dann noch mit der Schokoschicht obendrauf. Und by the way, die genauen Mengenangaben findet ihr natürlich in der Infobox. Also ihr müsst hier nicht nach Augenmaß mitmessen, wie viel das ungefähr sein soll. Sondern steht alles in der Infobox. Also da seid ihr abgesichert. Und jetzt, wir verschreichen, wie gesagt, die Schokoschicht obendrauf. Und stellen das Ganze dann in den Kühlschrank. Am besten ist es wirklich, wenn ihr das so ein bisschen durchziehen lasst. Also so ein, zwei Stunden. Ihr könnt es auch über Nacht in den Kühlschrank stellen. Dann wird die, vor allem die Haselnusschicht, wird dann halt schön angedickt. Nochmal ein bisschen cremiger. Weil die Leinsamen sich halt so ein bisschen aufquellen. Aber ja, reicht auch, wenn es eine Stunde im Kühlschrank steht. Ihr könnt es auch direkt essen. Also so ist es nicht. Aber es wird nochmal ein bisschen nicer, wenn es ein bisschen gestanden hat. Getoppt habe ich das Ganze dann tatsächlich noch mit einem Bueno. Es gibt inzwischen ja auch schon, also nicht von der Eigenmarke, aber es gibt auch vegane Bueno-Imitationen, die ihr nutzen könnt. Ich habe noch ein bisschen Haselnussmus mit drauf gemacht. Und mir das Ganze dann schmecken lassen. Wir machen weiter mit unserer nächsten Bowl. Und das ist eine Cinnamon Bun Bowl. Jetzt, wo es anfängt, schon wieder kälter zu werden, dachte ich mir, brauchen wir unbedingt so ein Rezept in der Art. Und habe dann dieses hier entwickelt, das wirklich sehr, sehr lecker geworden ist. Vor allem mit dem Topping obendrauf. Wir starten wieder mit Soja-Joghurt. Ihr könnt übrigens aber auch anderen Joghurt verwenden. Einfach den, den ihr wollt. Kokos, whatever. Da geben wir Hafermehl dazu. Hier könnt ihr einfach Haferflocken zu Mehl verarbeiten, wenn ihr kein Hafermehl kaufen wollt. Veganes Proteinpulver im Vanillegeschmack. Wenn ihr das nicht habt, einfach mehr Hafermehl, etwas Süße eurer Wahl und Vanille dazugeben. Da kommt noch Pflanzenmilch dazu. Und das vermengen wir dann erstmal gut, bis wirklich eine schön cremige Masse entsteht, so wie ihr es hier seht. Und wenn wir das gemacht haben, dann stellen wir das erstmal beiseite und kümmern uns um unser Topping. Hierfür brauchen wir einmal Nussmus. Das, was ihr im Video seht, ist Haselnussmus. Ich habe beim Testen aber meistens Mandel verwendet. Ich hatte da nur keins mehr, als ich abgefilmt habe. Also ich würde euch tatsächlich eher weißes Mandelmus empfehlen. Das kommt meiner Meinung nach am besten in der Kombination. Aber nutzt ansonsten einfach das, das ihr da habt. Da geben wir dann noch etwas Ahornsirup und Zimt mit dazu, bis wir hier diese wunderbare, schöne Glasur erreichen quasi. Und die geben wir dann auch schon auf unsere Bowl mit drauf, also auf die Basis. Schön verteilen. Und das Ganze stellen wir dann wieder in den Kühlschrank. Ihr könnt das auch sofort essen, aber trust me, wenn ihr es ein bisschen stehen lasst, vor allem jetzt bei der oberen Schicht noch, dass ich das so ein bisschen aushärten kann, dann schmeckt das nochmal einen Ticken besser. Also ab damit in den Kühlschrank für so eine Stunde. Könnt ihr auch über Nacht schon vorbereiten. Dann habt ihr es morgens eben schon ready to eat und könnt das Ganze dann genießen. Last but not least. Ihr habt hoffentlich nicht gedacht, dass es hier eine Bowl ohne Erdnussmus geben wird, weil it's me. Natürlich haben wir was mit Erdnussmus. Und zwar eine Peanut Butter Cup Bowl. Und ich habe hier zwei verschiedene Varianten für euch, die ich direkt im Screen mit euch teile. Bei beiden starten wir mit pflanzlichem Joghurt wieder. Links nutze ich dann allerdings Erdnussmehl. Und mir ist natürlich bewusst, dass das nicht jeder daheim hat. Kann ich allerdings empfehlen. Ich habe meins von Koro. Aber wie gesagt, ich weiß schon, dass das nicht jeder hat. Dementsprechend rechts die Alternative. Und zwar erstmal mit Hafermehl. Dann kommt bei beidem wieder geschrote Leinsamen dazu. Links geben wir noch ein bisschen Erythrit mit dazu. Und rechts, da könnt ihr auch Erythrit mit dazugeben. Aber das ist eben die Alternative. Hier nutzen wir einfach ganz normal Peanut Butter, um den Peanut Butter Geschmack zu bekommen. Also super easy. Könnt ihr auch so machen. Das Ganze vermengen wir jeweils, bis wir eine schöne Masse haben. Und stellen es erstmal beiseite, während wir unser Topping machen. Und hierfür brauchen wir mal wieder pflanzlichen Joghurt, dann Kakaopulver, veganes Proteinpulver im Schokogeschmack. Alternativ einfach mehr Kakaopulver und etwas mehr Süße mit dazugeben. Und das Ganze dann wieder schön vermengen, bis wir eine etwas festere Masse bekommen, als bei der ersten Bowl. Also hier wollen wir so ein bisschen, ja, wirklich so eine Ganache, nennt man das, glaube ich. Also wirklich so ein festeres, eine festere Schokoschicht haben. Die geben wir dann nämlich auf unsere Erdnussschicht. Verteilen das ganz schön mal wieder in den Kühlschrank stellen. Oder eben nicht, wie ihr wollt. Je nachdem, wie hungrig ihr seid. Oder ob ihr es euch schon vorbereitet, einfach im Vorhinein. Aber, wie gesagt, aus dem Kühlschrank noch mal ein bisschen besser. Aber müsst ihr nicht machen. Ich habe mir das Ganze hier dann noch ein bisschen getoppt mit selbstgemachten Peanut Butter Cups, Erdnussmus und Erdnüssen. Und dann schmecken lassen. Und das schmeckt definitiv. Also ich bin wirklich super gespannt, welche der Bowls ihr nachmachen werdet, wie es euch schmeckt. Und, ja, lasst es euch auf jeden Fall schmecken. That's it. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mich das gerne wissen mit einem Daumen nach oben. Ansonsten freue ich mich auf jeden Fall auch auf euer Feedback zu den Bowls. Also, wenn ihr davon hier nachmachen wollt, oder wenn ihr eine nachmacht, dann schickt mir sehr, sehr gerne auch Bilder, weil das liebe ich wirklich sehr. So schaut euch nicht, mir da irgendwie was zu schicken oder so. Das nervt keinesfalls. Ich freue mich da riesig drüber, sowas zu sehen oder zu lesen. Und, ja, genau. That's it. Also, falls ihr sonst irgendwas an Feedback habt, Video-Wünsche, ab damit in die Kommentare. Und ansonsten, wie gesagt, freue ich mich über einen Daumen nach oben, ein Abo. Und wenn ihr auf Instagram vorbeischaut, damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.